Peking ist die Hauptstadt des bevölkerungsreichsten Landes der Erde. In der Stadt leben etwa 20 Millionen Menschen. Tendenz steigend. Peking liegt im Nordosten der Volksrepublik China, am nördlichen Rand der nordchinesischen Tiefebene, etwa 100 Kilometer vom Gelben Meer entfernt. Im Norden und Nordwesten ist die Stadt durch mittelhohe Gebirgszüge abgeschirmt. Das Stadtgebiet hat einen Durchmesser von rund 180 Kilometern und ist damit etwa so groß wie Thüringen. Peking hat den Status einer eigenen Provinz. Der Name der Stadt wird auf chinesisch Beijing ausgesprochen und bedeutet nördliche Hauptstadt. Von Peking aus wird China zentralistisch regiert. Hier wird entschieden, was in allen anderen Regionen des Landes passiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017